Wir haben den neuen FNCS-Skin in nur zwei Stunden gewonnen, denn es gab Server-Probleme und deswegen konnte man eine ganze Stunde lang kein Game finden. Zumindest nicht alle Spieler, ich weiß nicht was da ganz genau los war, Kevin und ich konnten keine Runde finden, aber haben in manchen anderen Streams gesehen, wie Leute da trotzdem eine gefunden haben. Also leider komplett unfair, manche Leute konnten spielen, manche nicht und wir mussten eine ganze Stunde lang warten. Trotzdem würde ich sagen, die FNCS-Skins sind auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn ihr euch den noch holen wollt und den nicht gewonnen habt, gerne noch Creator Code ROPNIK vorher eintragen. Ich bleibe heute auch mal wieder zwei Leute ein, die meinen Code benutzt haben, also dank für den Support. Code ROPNIK natürlich im Shop nicht vergessen und auch noch den Kanal hier abonnieren, falls ihr noch neu seid. Und dann würde ich sagen, ich habe genug geredet, wir fangen direkt an mit dem Video, also viel Spaß. Warte mal, ankommen in der ersten Runde. Ist nicht so geil, aber ist auch nicht schlimm. Aber dann lasst uns schnell weitergehen wieder. Ja, das ist dann green auch keiner, glaube ich. Noch ein Team ganz hinten, aber es lohnt sich ja nicht hinzugehen. Es sei denn... Ich habe keine Eier gefunden. Nee, nicht gescheit. Oh Spaß, ich bin es noch in Laune, noch so 20, 20 Sekunden. Ja, ich spiele ultra langsam auf. Er macht Rakete weg. Leute, die haben beide Rakete gemacht. Der zweite will da auch lang. Und spiel, und spiel, der kommt zu dir in die Richtung. Und spiel, 80 weit. Er wer paddet hier. Was machen die beiden? Er macht Pro Edits bei mir. Ich habe keine Edits, äh, keine Mets, ich bin los. Komm bei dir rein. Bin ich schlecht. Oh, Spaß, die habe ich mir verdient. So, wo ist der? Da, da. Da. Rocket? Ey, ich hoffe, ihr gewinnt den Skritten auch, Jungs. Ehrlich, die waren süß. Die waren gar nicht so weit. Einer hat diesen anderen Edit-Pro-Offensicht getötet. Echt jetzt? Kannst du mir ein Ding shoppen? Der meiner war richtig scheiße. Der hat übelst, äh, Sniper immer. Hier. Obwohl, warte, Split... Naja, stimmt, egal. Ich habe meine eh gedoppt. Naja, das war, glaube ich, deine. Ja, das kann sein. Kann das weitergehen. Oh, ein Schlüssel. Das ist sehr, sehr geil. Das ist nicht mal dumm, ja. Guck mal kurz nach, was da drin ist. Du bist näher dran. Obwohl, jetzt bin ich näher dran. Ich habe keine Mets bekommen von den Kills. Ja, ist gar nichts. Die haben sich hier die Golde Spass geholt. Deswegen hat die Kills. Ja, das half. Dann habe ich es selbst gehört, oder ist der Board? Oder deine? Ne, das war nicht. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Aber ich bin auch ein bisschen taub und blind. Das werde ich niemals machen. Seh nicht. Tot. Also wirklich tot. Du darfst nicht werfen. Er rennt. Hey! Mann! Mann! Er rennt nur raus. Er replayst und rennt raus. Viel Spaß. Ich habe kalte Finger. Ich kann nicht gegen ihn gewinnen. Ich habe auch keine Mets von den Kills bekommen. Das nervt mich. Okay, das fuckt echt ab. Er camped auf der Ramp da oben. Ja, tu es. Mach mit SMG, oder? Ja, mit SMG. Guck mal, er lag sogar. An dem bin ich gestorben. Digger. Er rennt nur raus. Viel Spaß. Pass auf. Ich habe einen Rocket rein, aber ich weiß nicht. Finde ich geil, dass er seinen Playstyle null geändert hat gegen dich. Hast du gesehen, wie er zweimal versucht hat, in dich reinzurennen? Ja, der steht einfach nur, hält den edit und will dann komplett edit. Ja, genau das hat er gemacht. Zweimal! Unter mir. Ich schieße. Oh, da 50. Cool piece. Oh, ich kriege den edit nicht. Das one. Siehst du mich bei der Rakete? Ja, mach rein, mach rein, mach rein, der ist one, hier drinnen. Hey, das lande raus, dead. Ja, ich habe den anderen. Das war sein teammate. Boah, spiel ich auch ein Fakt? Ich habe Fakt dabei. Nee, ich spiel einfach. A2. Maybe gehen wir dafür. Müssen, lass mal richtig. Boah, ich lande genau in deinem Drinnen, aim-up. Geht nicht. Ja, ging echt nicht. Ja, der hat alle Gotte edits. Pull me peace. In der Cone. Nee, der ist raus. Blood of mine, dead. Ja, Gert, bin ich bei mir Minis. Ich habe echt gerade eben überlegt, ob ich den Weg aus der Box hielt von dem Typen. Und der gibt mir wirklich einen 150er, das ist krass. Ja, das ist von Controlly. Ja, Keywater können sowas nicht hitten. Das ist ehrlich krass. Yo, der ist nicht bad, hä? Halt mal hin, halt mal hin. Einfach nur, dass er da bleibt. Ich springe in seine gesamte Familie rein. Hä? Er ist der Beste. Spray mal ein bisschen, dass er peakt. Ja. Jetzt? Oh, man kommt nicht mal an, denn es so hoch. Ja, war scheiße. Der hat mich gehittet. 50. Ich dachte, wie der Pilz geht höher. Gut gespielt. Wir müssen halt für Dings gehen, ne? Ja, wir müssen jetzt in so einen... Boah, ich habe Re-Insel. Geil. Lass direkt Insel gehen. Bin schon drauf. Oh, geil, die ist los, die ist los. Geil. Ich habe auch Redeploy. Cool. Also im Dungel mit Re-Insel zu rotieren ist schon cool. Ja, ich bin nicht Full-It-Spiel. Ich kann dir noch einen Flopper geben. Ich suche mir gerade auch noch irgendwie was hier. Mach einfach Pflanze, ich sehe eine Pflanze. Aber ich muss in deine Richtung, das ist wichtiger. Ja, ja. Hä? Hier ist ein Zweier-Team im hohen Gras neben mir. Mh. Weil die bauen. Die bauen. Die müssen halt hoch, ne? Soll ich nochmal mit Ziplinen? Ich weiß, ob die mich treffen. Weiß nicht. Dann nimm einen Flopper vorher. Hier, Flopper kommt. Soll ich Slurp und wir gehen hoch? Es lohnt sich, die Investition, glaube ich. Richard Snipe? Nein, dann gehe ich hoch. Dann gehe ich hoch. Scheiß auf dir. Ich werde den noch kurz holen, oder? Ist eh kein Rund. Wann mal, das Ding hat ich. Ja, mach, mach, mach. Das Ding ist halt, es kann halt wieder kommen und dann ist die ganze Runde gelaufen. Nein, du gewinnst dann. Hä? Komm einfach hoch. Wo hat er ihn hingetragen? Das sind die nicht, oder? Bitte, Robin. Ich werde gepusht, ich laufe weg. Soll ich dich abheben? Hier ist irgendwo ein Rift, aber ich weiß nicht, wo. Ich sehe sie, die dich pushen. Ich habe meinen Rift-Fall ergassen. 50, 100, 110. Hab ihn dead. Dann Volldamage. Der Mate rennt sie ihm. Ja, siehst du einen Rift bei mir daneben, wo ich hoch kann, oder? Die spawnen erst gleich. Nein, die sind safe schon da gewesen, glaube ich. 30, Crack, 100. Letter, beide. Hä? Ah, hier ist mein Rift. Ich blieb sie. Rakete? Einer von denen, ja. Tracked. Ich weiß nicht, wohin. Nice, zwei, zwei, einer für dead. Nice, schön. Da ist noch oben. Ich push ihn auch. Er geht hoch auch. Oh mein Gott. Dot. Dead. Die dreht so heftig. Leicht sich. Die weißen Mütze dreht. Der Land rückwärts und weiß nicht, was abgeht. Die dreht so heftig. Es wird Katch gesniped. Dead, hab ihn. Nice. Das war die Weisheit, die es gerät hat. Ah, diesen Hinterberg sogar noch. Ich lande auf den. Oh mein Gott. Der pusht mich. Ich hab den Mate gesniped. Dead one. Der ist minus 50. Ja. Was? Irgendwo im Storm. Pass auf. Und weil, äh. Für uns ist noch einer. Ist er das? Wird sein Mate sein. Ist noch einer, ne? Hä, was passiert? Aber ich muss 80 mal nachladen. Wie spielen die? Ich hab einen Knock. Ich hab den anderen. Ich hab von zwei Teams gesplayt irgendwie. Weißt du, ich kriege 120. Ich geh mit 3-Kater. Beide White. Beide White. Aber der andere, maybe schon gehielt. 50 White. In meiner Box. Ich hau dich hinten raus. Hinten raus. Hinten raus. Oh. Ja, alles gut. Hast du noch einen Gold? Ich will mich schnell. Ne, ne, hab ich nicht. Oh. Ich fang auf den hier vielleicht gleich auf, oder? Ja. Ich bin tot von deiner Seite. 130. Hab den anderen. Ja, der ist langer. Der hat den safe nicht. Der hat den safe noch gar nicht. Der ist noch links, oder nicht? Der heelt hier drinnen. Über uns. Über, oh mein Gott. Hier sind noch über uns andere, ne? Ja, okay. Dann lieg einfach rein. Oh mein Gott. Aber wie viele Gold? Die haben noch mehr Goldies. Gein. Ich bin tot. No way. Maybe sogar resten. In-Zone hier vorne. Heal-Automate. Heal-Automate. Ich hab 150 Gold. Minis. Warte mal. Nimm die Dinger. Nimm die Dinger. Oh. Ich hab Mad Kid. Farzorn. Misslaufen. Ich hab drei Wände. Ich hab vier Wände. Zwei. Ich hab eine. Oh, er guckt immer noch, wie ich bin tot. Tot. High Ground. Junge, hier doppen da. Egal. Sehen wir erste Runde. Die wollen sich reinpickicksen. Ich gehe durch die Toilette nach hinten. Ich komme. Okay. Ja, pass auf. Einer ist im Versor drinnen. Einer nimmt Flagge ein, irgendwo. Gehen 30. Einer sprailt mich. 70. 30. Sprake. Ein AP, ein AP. Nice, nice. Ja, ich hab's gesehen. Damit Rocket, aber kann krachen. Ich renne dem einen hinterher, der andere kommt aber auch zu mir. Ja, der war auch crack. Eins, zwei crack. Hopp ihn. Nice. Der hat einen Spaß bei mir. Ja, der hat einen Spaß. Ich komme. 100. Der ist schlecht. Nice. Ja. Wenn du da bist, mach ruhig. Okay, Sprave ist auf der Seite. 20. Ich geh kurz. Ich komm splaschen, wenn du runterkommst. Mach alleine, mach alleine. Hä? Oh mein Gott. Krieg hat da gar nichts. Ich hab ihnen alles gedoppt. Ich hab gar nichts. Ich weiß nicht, wie man das gewinnen soll mit dem Blut. Was ist denn da unten drinne? Was hast du gemacht? Ich bin reingelaufen, wollte zu dir. Und dann hat er mich instant schon abgeämt auf den Dings. Nee, dann hat er mich pre-filed und dann war es sein Editor. Ach man. Ich hab ihm minus 100 gegeben und dann einfach kein Healing und gar nichts. Lol. Bin ich ingame, ne? Wenn du ingame bist. Warte, ich auch noch nicht. Ich hab eine Fehlermeldung bekommen. Oh, die Server sind überlastet. Zu wenig Server für die Leute, die spielen. Ja, kann auch sein. Wegen Skin Cup halt, ne? Das viele spielen. Naja. Das spielen ultra viele, glaube ich. Kontaktierung des Spieldienstes steht bei mir. Einfach ready wieder, wenn es geht. Kann ich nicht. Irgendwas. Oder hast du unready gemacht? Ich hab unready gemacht. Ich spielen 330.000 Leute gerade. Naja. Seltsam, die Verbindung konnte kein Match aufbauen. Ja, wir versuchen aber weiter die ganze Zeit. Naja. Wir sind endlich in der nächsten Runde drinne. LOL. Let's go, Freunde. Ws in den Chat. Einmal in den Eier kraulen. Und jetzt holen wir uns den Skin. Mein dummer Mate heult rum, dass wir erste Runde nur 30 Punkte haben. Deswegen spielt er nicht mehr. Ich find solche Kommentare so geil. Es gibt so viele Leute, die nicht irgendwie mit Freunden oder so spielen. Oder halt mit welchen, mit denen die gut sind. Sondern einfach so mit random Leuten. Und die hassen sich auch einfach dann, wenn irgendwas nicht gut läuft. Pistel. Wir sind ankommen. Naja. Was ist uns das heute? Ja, vielleicht doch. Wenn du ne Eier hast. Such grad. Ich find gar nichts. Find auch keine. SMG. Ja, kracht. Noch einer. Da kommt noch einer. Komm ein. Ich hab auch eine Eier. 25, 50. 20. 90 dead. Haben wir ihn. Der Pinke. Wo? Die Rakete. Ich hab gar nichts. Oh Mann, das ist peinlich. 50. 25. Kann ich zwei Hitze machen und mich retten? Hab ihn. Nice. Hey, ich hab auch ein schlechtes Aim am Anfang. Danach nochmal Geld. Ich fühl das aber. Ich fühl das. Mein Aim ist auch grad nicht gut. Ja, wir saßen 40 Minuten gerade in der Lobby. Wie sollen wir da noch ein gutes Aim haben? Ich bin gar nichts mehr angespielt. Ich bin nicht gut. Ich war noch nie reingespielt. Wollen wir Richtung Sanguine? Wir haben zwei Nocks da. Ein 20 Bomb würde auch schon fallen. Wenn wir 200 Punkte haben, ist schon richtig gut. Ich hab meinen Kill bekommen. Die Aim uns ab. Das ist der eine, den ich Nock hatte, glaub ich. Ich flieg rüber. Er geht unten rein. Ich komme mit Windkanal. Wollen wir die hier fighten? Die Downswort Gepirkecks, oder? Die Wand da oben über mir. Doch, der ist hier bei mir. Zwei Stück. Ich komme. Ich bin tot. Ich komme. Dann kannst du irgendwie long machen. Nee. Ich brauche schnell Hilfe. 100. Ich bin da. Der hat einer. Nice. Der hat einer. Du bist der beste, Robin. Let's go. Ich habe sogar einen Pump gemisst. Das hat es umgewonnen. Die haben mich nicht mehr gehittet. Warte mal, was? Ich lasse den Bot holen und lass weitergehen. Aber, also ohne Wiss. Am Anfang war das gar nicht mal so dumm von denen. Die sind runtergelaufen, haben instant die richtige Wand gepießt bei mir. Danach waren die irgendwie schlecht. Was gibt's da? Ja, Chuck Chuck. Nee, die MP spiele ich. Wunderbar, ich höre nicht. Was? Ja, ja. Holger, was ist? Die ist komplett OP. Der Chuck Chuck hätte in unserer letzten Runde so geisteskackt safe. Wir müssen nur callen. Wir müssen nur top 1.100 kommen. Wir müssen nur callen. Hey, wer ist hier vorne? Hier ist jemand. Hier ist zwei Gegner. Das ist alle, ja. Rocket rein. 30, 40. Nein, nein. Oh, okay. Ja, ich kann. Wie soll ich zu dir kommen, Robin? 160. Du musst gleich. Ja. Du musst auch zu mir kommen. Komm hinten raus, komm hinten raus. Alter, das bist du. Der hielt hier. Splash. Einer bei mir. Set. Nice. Der Steppchen noch. Ab die Wall. Nice. Nein, nein. Du weißt nicht, wie die MP gerade gecarried hat. Eins, Chat, wenn die MP OP ist. Eins, eins, eins. Alle sagen, die MP ist komplett OP. Ja, das ist doch alles Controller-Spieler in deinem Chat. Natürlich finde die MP gut. Genau. Ich liebe Controller-Spieler. Ich finde noch die Trommeler, ja gut. Wir haben im Haus. Wir können den beamen, wenn du willst. Ich bin gleich ready. Ich sehe ihn noch nicht. Beide da. Ja, okay. Der rechte. Drei, zwei, eins. Die anderen auch. Ey, mich ab. 55 auf den anderen. Warum gucken die auf mich? Ja, die tanken mich komplett, ne? Der eine ist im Haus unten verschwunden, glaube ich. Ich kann uns flashen. Die holen die anderen halt auch noch. 50 White. 80 White, der grüne. Popcorn. Dead. Die anderen haben über drei Kette bei mir. Ja, die landen uns zweit hier. Ja, gut, dead. Was noch? Nein, der andere hat den Popcorn auf ihn. Am Fenster. Popcorn ist über uns. Ich muss jetzt vollen flashen, Scheiße. Digga, das ist so asozial, dass Popcorn den Killgut gestealt. Er, den padded weg. Simpline. Ja, naja. Da ist der 60, die sind 20 dead. Hab ihn. Popcorn noch hier. Der muss, glaube ich, auch dead. Ich glaube, der ist dead, oder? Ich weiß es nicht. Ey, die gehen auf high. Lasst Lowgrounds und für Inseln gehen. Jett, der fight. Nice, nice, nice. Da gehen wir mit Drift auf Insel. Ja, wir können auch gehen. Irgendwer snipet auf mich. Einer ist auf dem Tor. Gönnen auch einen Slip. Ich habe keine Ahnung, wo er die ganze Zeit kämpft. Insel ist weg. Ja, dann kill die jetzt halt. Der padded ist minus 100. Der ist gelandet. Der andere ist unter mir irgendwo. Der ist noch nicht gepattet, ne? Der baut bei mir. Der baut das Pad ein. Irgendwer snipet die ganze Zeit auf mich. Bin bei dir? Ja, ja, ja. Der snipe hier. Oh, das ist so schlecht. Ja. Ja. Das sind wir noch nicht holen. Ja. Der drüft, der drüft. Oh mein Gott, das ist so lucky für ihn. Willst du auch im Team-Bund-Lass? Nein, 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 nein. Es ist nicht, der hat keine Ahnung. Ja, dann lassen wir ihn noch mal machen. Alles gut bei dir? Das show kommt. Mir passt jetzt gar nichts gerade. Ich würde irgendein Teamfight. Wir sind nur so schlecht. Ja, ich würde in eine andere Situation gehen. Ich habe ein Pad, die links da. In meiner Box 100. Nice. Der da. 100. Kannst du den Wall-Equist? Nein. Das können wir, ja. Ja. Wer ist runter? So bleibt. 100. Die Insel wird wahrscheinlich wieder gucken, weil das in welche sind. Die Gags? Ja, okay. Ich dachte, es wurde gespielt. Die Pad welche? Ich glaube schon. Perfekt? Was sind die hinteren? 3 weit? Egal, ob es bleibt noch auf uns von der Insel. 30. Ernsthaft? Crack 3, 2, 1, 6, 2. Die müssen jetzt auch kommen. Das sind jetzt auch die mit der Sniper. Die facken mich so ab die ganze Zeit. Den linken, den linken. Ja. 15. 15. 15. Gar nichts mehr wie den rechten. Das ist eine andere nochmal. Cracked links. Nice. Leit, hab ihn. Easy. Du musst auch sauen, ne? Den hier als nächstes. Keine Ahnung. Wo da hinten der eine mit dem Sniper hat. Der nervt mich. Da läuft der. Cracked. Cracked. Ja fast. Hinter dir, hinter dir. Logen. Geht er rein. Bin da. Geht's rein. Subline. Team 30. Cracked. Sun's right. Dead. Nice. Ich bleib ganz hinten auf jeden Fall. Rock it, rock it, rock it. Double low ground, rock it. Ist durch und ist durch. Pass auf. Cracked. Unter mir wird gesplayed. Unter mir wird gesplayed. Cracked. Ne, Tabin. Ja, dass da gar nichts reingeht. Unter mir eine Arcade. Maybe kommt die hoch. Ob nicht. Nein. Ne, ne. Hab meinen Kill in Zone. Unter mir direkt. Links. Nice. Baby, geh für die Metz. Ja. Ich geh für die Metz. Mach. Da. Wir haben hier überall Teams auf unserem Layer mittlerweile. Was machen die da rechts? Ey, immer den rechts ab. Rechts jetzt. Jetzt. 1 AP. 30 dead. 1 AP unter mir. Hab dich noch mal connected. Er kommt nicht rein. First right. Brauer Superheld. Dead. Der links kommt ein Solo. Ja. Der ist nicht bad. Müsst du aufpassen. Das ist für Highground behalten. Glaub ich das. Ah, ich hab. Warum hab ich nur einen Gold hier gehabt? Zwei so. Äh, zwei Doos. Hast du green life? Full Doos. Äh, ne. Okay. Okay. 160 auf meinen. Nice. Ist das ein Ghoul? Ja. Der Mates hier irgendwo neben mir. Einer steppt hoch glaube ich, oder? Kommen die hoch? Geht gar nicht. Die runter. Einer kommt bei der Erhoher. Jetzt kommt die vielleicht hoch. Oder 30. Du darfst nicht sterben. Ich bin low. Ja, ich auch. Bro, ich hab dir alle meine Mates gegeben. Du musst bauen. Ich hab 100 nur noch. Spray einfach runter. Ich hab Biggie nicht drin. Ja, brauchst du nicht. Spray einfach. Der darf einfach sein Gold hier links. Einer nur noch. Oder zwei. Crack. Zwei, zwei, zwei. Beide in Goldie drin. Okay, jetzt brauchst du ihn vielleicht doch. Oh, du bist runtergedrabt, oder? Ja, ja. Komm hoch. Ach. 60 auf deinen. Ja, meiner kommt durch alles durch. Junge, die haben beide in Goldie und schafft beide den Berg hoch. Das ist unfassbar. Man kommt eigentlich wieder nicht hinrunden. Das der Cup nicht so lange geht. Ja, man kommt wieder nicht in den Runden, ne? Also, lass mal nicht Osborn sterben. Sind gerade mal Top 1300, ne, mit den Punkten. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Deswegen werde die Lobby jetzt absolut genauso ernst nehmen, wie gerade eben. Zwei Leute bei mir unten. Ich geh da rein. Ja, die meine ich, die meine ich. Die sind nicht Skav, pass auf. Es sind drei. Es sind drei. Er ist jetzt vorhin nicht wieder drin. Ab ein. Inside that. Der andere war 60 weit. Ihr campt da. Alles gut. Lassen wir jetzt scheißegal, wie gut die sind. Einfach safe spielen. Nein. Auch nicht safe spielen. Also auf Wunden natürlich. So mäßig. Drüber da. Oder hast du keine nur guten Waffen? Geht so. Geht. Crack. 30 right. 1 AP. Sind zwei Teams da drin. Da. Ich geh mit Rocket. Ja, mach. Ja. Mach. Mach einfach. Mach ich auch. Ja. Ja. 80 Crack. Auf den. Ja genau. Alle down, alle down. Ich weiß nicht wie lange das noch dauert. Über eine Minute noch. Ernsthaft. Ja ja. Die ganze Saison muss erstmal closen und dann muss der Timer noch 20 Sekunden. Der snipet aus mich aus dem Haus. Sehe sie nicht und höre sie nicht. Nice. Ich habe nichts zum pushen. Aber du bist gut. Nie im Leben kriegt er den durch. Ja siehst du. Doch er hat ihn. Er hat ihn. Er hat ihn. Ja. Nur sehen sie ein bisschen. Wie schnell als meine. 223. 223. 224. Er schafft das. Civil easy zu lassen. Hast du da eher dabei? Ich habe das Snipe. Ja. Schieß auf ihn. Ich soll auf ihn schießen Leute. Der Drift. Der Drift. Ich war Headshot sniped von hinten. Äh von rechts. Kommen die? Ja die werden mich finishen. Nimm einfach meine Goldies und renn weg oder so. Ey guckt. Ich bleib hinterm Baum. 100 auf einen vor mir. Okay nice. Ich komme. Ich bin low. Hört sich auf den anderen. Nice. Versuch nach hinten zu dip mich. Aim ich hab. Track auf den unter mir. Nice nice nice. Lass von beiden Seiten schießen. Du rechts nicht links. Ja mach ich. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen auf den third party. Glaub ich. Links neben mir zweier Team. Die wollen mit SMG. Bauen. Hätten Matt gefroges müssen. Ich glaube der muss das healen. Hätten Matt gefroges müssen. Hätten Matt gefroges müssen. Ich glaube der muss das healen. Hätten Matt gefroges. Nice. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja. Wo soll ich wissen dass dahinten zwei Leute sind. Hast du keinen Mattniss mitgenommen? Ne. Ich habe jetzt eine Crashplash. Beruhig dich jetzt noch bisschen. Mach nichts dummes. Ich will trotzdem mit dem reemplacen oder so Digga. Nein beruhig dich jetzt wirklich. Bro die Lobby ist schlecht. Wirklich. Ja dann lass uns hier unten die runtersprayen. Die sind eine Holzvolle über uns jetzt hier. Die Holzvoll hier. Der hat meine Armeine hier vorne. Hier vorne. Ab vorne einen. Bei mir. Da ist der Solo. Der Koskin. Der Koskin. Track. Starts right. Okay, hab ihn. Lass uns kurz hier chillen und machen wir ein Crashpad, okay? Hör mir zu. Vorunter gespäht. Okay. Vor dir. Vor dir gespäht, vor dir gespäht. Ich weiß, ich halte nichts vom Crashpad. Okay. Ich mache einfach so. Du musst noch einen Sound, ne? Glaub ich. Ja, ich kontrolliere. Ja, es passiert hier viel. Ich meine, ich bin eingebautet. Ich bin in meine Box. Hier, die kommen von hinten rein. 170. Von hinten, von hinten. Replace. Nein, drei Teams an unserer Wall. Warum Rocket 9 bei uns rein? Wenn du willst, wir können die jetzt auch auf Endgame spielen. Keine Ahnung. Jetzt sind wir in der Tausend oder irgendwas Lobby. Naja, alles gut. Also die gerade eben hätten wir echt eigentlich uns mehr trauen können. Ja, aber du wurdest Headshot sniped und danach mussten wir die ganze Zeit aufbauen. Und wenn wir in dieser Zone fighten, ja, aber wenn du in der Zone fightest, kommt immer eine Third Party. Das ist so diese Season. Die AR ist zu stark und die MPs sprayt. Es bringt nichts in der Zone zu fighten. Guck dir Pros an. Niemand fightet in der Zone. Bro. Das ist dumm. Das ist wirklich so. Nein, 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 nein. Du redest von irgendwie Cash Cup Finals oder sowas. Ja, nein, nein. Natürlich fightet da keiner auf der Zone. Den Cash Cup, generell. Wenn du dir Pros anguckst in der Top 1500 Lobby, dann haben die da 40 Kürze. Also die fighten alles. Die juckt gar nichts. Ja, weil die vorher die Runde Ansector gemacht haben. Nein, wirklich. Ja, okay. Ja, ist doch in Ordnung. Wir müssen ja jetzt nicht fighten. Aber dass du jetzt sagst, Pros würden da nicht fighten, ist so ein Cap wirklich. Die würden ja mit Pre-Edition hier reingehen, weil die einfach keinen Respekt haben vor den Leuten. Warum auch? Die sind alle scheiße in der Lobby. Ja, ich bin kein Pro. Ich kann sowas nicht. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, wir müssen da jetzt überreden. Ist doch in Ordnung. Ich spiele aber defensiver jetzt. Punkt ist doch eh in Ordnung. Wir sind ja immer noch mittendrinne. Ich spiele ein bisschen am Handyjet. Ich bin weg. Auf dem Berg, ob wir auf jetzt gerade muten. 105. Da wird nichts gehealt. Ich glaube, wir könnten nochmal die Metaile, die campen alle irgendwo. Können wir machen. Ja, keiner mehr hier. In Range. Zweimal Lieder ist was. Hast du das Gold bekommen? Oh, okay. Sorry, der hat er noch nie gehabt. Ich auch nicht. Ich kriege nicht mal einen Blauer eigentlich. Dieser Zinglogger unter mir. Wieder Crank, der ist tot. Der ist das? Ja, okay. Der hat aber nichts. Ja, nee. Der andere muss oben sein. Oder? Nee. Nee, nee, komplett links unten. Komplett links unten. Wir müssen auch zonen, ne? Naja, geht für den Loot. Erst Crank? Wollen wir spielen? Ich komme. Ich gehe nicht. Das ist one. Drei, zwei. Zwei jetzt von dir. Äh, Tabi, knock. Knock, ne? Finish, 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 finish. Ja, ich muss nachladen. Ja, okay. Lass uns da unrundieren. Wir könnten kurz einmal hinter die Builds gehen. Komm, 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 komm. Lass kurz rein. Ich will die Dings haben. Let's play. Äh, Rocket hier. Ich stoppe. Ich spiele die. Okay. Boah, ich schlapp. Das ist auch noch goldig Spaß. Lass uns gehen, Glenn. Ja. Das gibt es nicht. Von hinten noch. Ich habe zwei Slurps und Rocket. Alles gut. Bau einfach. Die kommen, die kommen, die kommen. Die werden auch getaggt. Ich hab mir jetzt. Ich brauch deine Dinger. Goldig's, wenn du hast. Ich hab dich schon gedroppt. Die liegen da. Oh, da haben die, die. Da haben die, die, ja. Krieg dich denn nicht mit Vertix. Nein, nein, nein. Das safe nicht. Du bist selber dead, glaube ich sogar. Ja. Das ist ein Link von dir. Lass auf mir. Anlaki, mein Fehler. Ich glaube, wir hätten nichts für den Metz unten noch gehen sollen. Die waren halt auch gefühlt. Ja, ja, ja. Einfach nur dahinter bleiben, wo wir waren. Aber warum sind die nicht rotiert? Die haben nix gemacht. Die stehen da oben. Wir sind in der Top 1500 Lobby. Die ganze Zeit immer noch. Die sind alle scheiße. Die sind alle wirklich scheiße. Und jetzt müssen wir ein bisschen fokus. Also ganz ehrlich, lass uns jetzt einfach die scheiß Insel und alles holen. Ja, bitte. Ja, wir haben fünf Games. Und viel zu viel Angst vor den Leuten, sage ich. Wir brauchen nur eine einzige gute Runde. Wir haben halt keine Zeit mehr für die anderen. Da könnten wir so entspannt einfach nur ausspielen. Das fehlt so sehr. Ich lande einfach bei ihm. Jetzt habe ich ein A, ja. Ich kann nicht abaimen. Nice one, hab ihn. Bro, was ist das denn? Ja, das ist ein Fallschatten-Tot. Was ist der Kollege? Da ist glaube ich noch in der Luft gewesen. Ich habe ein paar Leiter noch gehört. Der padded hier oben. 30, 60, 80, dead. Ja, gutes Duo. Die beiden auf jeden Fall. Ich bin ein Hit gegeben. 20, 60 auf den vorderen. Selbst hinter mir. Sneak ihn sich an. Du kannst dich einbauen gleich. Baby, beamst du die? Okay. Direkt auf den vorderen. Andere Team kommt hinter mir hoch jetzt. Ich bin eingebaut. Crack, 100. Andere auch noch crack. Wir werden halt 2-1. Ja, ich weiß. Der Andere ist bei dir close, ne? Ja, eigentlich mit meiner Box. Bin raus. 50. Ja, die anderen gehen wieder nur auf mich. Hä? Wir werden zerteamt. Ich muss zielen, ne? Ja, wir tosten. Ich auch. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Direkt direkt neues Game ever queuen. Hä? Was war das denn? Das war ein Full-Zerteaming. Das war ein Full-Teaming-Duell. Ich nehme dich einmal gegenseitig auf die anderen geschossen. Da waren nicht zwei Leute bei mir. Der Tod. Wollte der eine, der ist noch dead? Nein, es ist aber da war noch einer. Einer kann das der Mate gewinnen. Da war das der Mate von dem einen, den du geholt hast. Das ist jetzt noch du. Drang, 21, 4 dead? Einer von du ist das. Oh, die MP, ich glaube sogar. Mach langsam, bitte. Ja, ja, alles gut. Vor dir ist der Pump oder so. Ja, vor mir ist auch noch so ein Team mit. Wo vor dir? Ich weiß nicht, Steps, in dem Haus, du läufst einfach so lange im Osten, Norden, Norden. Ja, ich weiß es ja nicht, du redest nicht mit mir. Er bleibt hier bei mir. Unten drin oder was? So, was ist das? Die haben einen Solo geholt, ne? Da müsste alles gewesen sein. Ja, dann war es alles. Heute nicht Spaß zu einer Lila, ja, wir kommen. Gleich da ist es brutal. Ja. Ich gehe aufs Dorf. 90 dead. Du, was? Wer bist du? Ich glaube, ich zeit-cheatet gerade. Einer ist auf dem Haus und einer unten drin. Wir haben einen Heavy Pump. Heavy Pump. Der Firma takes dann gleich, ne? Zone geht far danach. Komplett far. Nein. Das hätte wäre der Pump gewesen, den ich hätte treffen müssen. 20, 40. Nice. Wir nehmen einen Roll. Wir nehmen auch Slurps, ich habe es gesehen. Deiner hat Slurps. Wir müssen halt noch komplett einnehmen, ne? Das kann krachen, Robin. Willst du weggehen, lieber, oder was? Das Video, ich weiß nicht. Oder wir gehen halt nächste Runde. Oder wir gehen weg und holen die dann an Edge. Weiß nicht, wo die nächste Saison hingeht, oder? Doch wissen wir, es geht fahr, ja dann was geben. Komplett fahr, komplett fahr. Da ist noch ein neues Team contestet, hast du gehört? Wir können ihn doch komplett holden. Direkt in die allernächste. Hab ein Knock, hab ein Knock, ab den Kill. Okay, wir sollten nicht mal in die Saison gehen, sondern in die nächste direkt. Links, wo er noch so weit geht. Ja, lasst machen. Dem eh nur 30 Leute. Über uns sind welche, über uns sind welche. Hab ein Knock, hab ein Knock, unter uns. Trey einfach die ganze für Finish. Ja, ja. Hab ihn. Finish. Ja, wir haben Hemm-Kale. Aber, ist er weg? Ja, das ist weg, ich geh für den Loot. Ja, ich komm zu dir. Willst du MK haben? Ja, nee. Ich kann auch MP behalten. Okay. Ich glaub, es ist besser im Endgame, glaub ich jetzt. No joke. Mal hier lang. Hab noch Cap-Mats, ne? High-Ground-Kumpel sind, glaub ich. Ja, wir sind 300 Holz, egal. Wir haben noch gute Mats, glaub ich. Wird hierbleiben. Rocket geht rein. Lol. Nochmal Rocket rein. Ja, die Rocket sind alle in der Runde. Ich hab keinen Aim, hallo? Ich hab's runtereditiert. Komm, komm, komm. Ich bin nicht lebe. Das ist gut. Das ist nicht deine Box, ne? Pass auf. Ich bin einfach leer hochgegangen. Ich komm wieder runter. Okay, ich komm auch rein. Baudu, Baudu. Wir haben High, oder? Geh High, geh High, glaube ich. Wir haben High, wir haben High, wir haben High, wir haben High. Wir haben High, wir haben High, wir haben High, wir haben High. Wird der haben hier, kommt einer. 60, Devil hoch. Nee, ist wieder runter. Ich hab 5, ich hab 8, ich hab gute Mats. Flight bissen runter. Ich hab 5, ich hab. Ich hab 5, ich hab 4, ich hab 5. Erstmal alles gut. Eifert ihr einfach. hier metz die metz die metz die metz so ein gefahr ich gehe runter ein bisschen da in die richtung ich habe 300 metz circa erst mal wenn du die weiter space ich könnte dafür gehen doch nicht das was mache ich ich habe gar keine metz bekommen ich habe neun bilds neun bilds aber ich habe noch selbst ist das haben die zwei solos zwei solos wir können mit rocket einfach rein in die box double das ist einfach normal spielen durch ok sollte man gewinnt ein spiel uns runter und dann ist der letzte ist ein wasser und sonstig willst du gar nicht ja so drei wände ich spiele das safe sonst wer jetzt runtergesprungen zeit mit wort auf dich ich gehe hoch wieder wir müssen noch nicht ganz reichen glaube ich ich wollte gerade sagen dann hätten wir die insel gehabt jetzt gewann wir müssen erst mal ein game finden drei minuten 30 und jetzt ist schlecht jetzt ich glaube gibt es nicht nein du kannst du nicht reinladen wenn du nicht 30 und feuer ok über gibt es über gibt es schon mal das schon mal gut ich hier bis morgen weiter ist mir alles egal es gibt ein tüberg anscheinend die frage ist ob man eine runde finden kann muss ich das licht auswirbel ich mache ich mache also der cup geht es auf 25 minuten 1300 ist gerade auf 330 punkten 370 380 kann ich mir das safe noch vorstellen 370 bestimmt jetzt mit der late q jetzt konzentriert ich bitte auf den job dass wir zusammen landen auf spawnen einfach so die hat den high ground ausschwingen rift kommt nicht sonst ich sehe gar nichts von denen schützt du bei mir unten die gleiten runter ja die wurden angeschossen schon von hier unten bei mir jetzt ist out of render wo ich schießen wollte ich sehe ich das andere team das auf dich schießt hier unten oder nicht so einer glaube ich drin eine läuft wieder rein in die stadt gerade so es ist ein reis 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 ein ich komme zu dir eigentlich kannst du gar nichts nehmen wir gehen zusammen weg neben mir ist wieder einer kriegt die rechts der laufen zwei reis ein reis ein reis ein reis ein reis ich habe keine ammo ich habe keine ammo lass noch rüber lass noch rüber lass noch rüber jaja hast du auch sniper ne dann gehe ich auf max dein team wird ins haus reingerannt oder was aber dann ist es free jetzt gehen wir gehen wir gehen wir gehen komm komm jetzt 220 drüber das kräftige weiter links oben guckt links oben guckt links oben guckt wer bei dir bau mit metal bau mit metal habe relativ viel gebaut aber sollte gut sein sollte gut sein es lohnt sich das lohnt sich hinter hast du liegt hast du noch wieder fahr wir können jetzt early jetzt maybe early mit overbuilden holz wir haben genug holz komm wir haben genug metz komm overbuilder einfach mit holz fasz fasz geh links runter gerutscht ich komme und komm das sind komplett fein netzer die jungen sie haben fighten alle ist das geisteskrank ja 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 ich habe genau richtiges timing gehabt ja es ist gutes timing ich gehe jetzt runter unten ist ein team schon neu unten links pass auf ja ich sehe es oh mein god ich bin insohn ne ja ich bin beide rechts schaffe uns neben uns einer ist über mir direkt mit mk glaube ich 70 70 auf high ground wir droppen runter hast du noch metz ich habe 200 ja ja aber hinter dem wird noch ein team kommen pass auf ja es war ein solo lass ein stück laufen ja dann können wir noch abcappen hier lassen sprain ich baue rein metal hackbox drin trackt über uns sprain runter nice ich sehe nicht er ist weiter nehm uns noch einer nehm uns noch einer wir müssen pass auf hier ist ein team an der ball wir können auch slurplay machen alles gut ich habe sieben builds ich habe sieben builds insohn kommt noch über uns ich wollte slurpen slurps slurps ich gehe rechts hoch rechts hoch bin bei dir bin bei dir bin bei dir ich bin gleich nochmal nice ja das wollte ich nicht ich gehe wieder hoch bleib oben bleib oben oh high ground guckt jetzt irgendwie 100 ich hier noch ein goldie ich habe keinen mehr kannst in den zone rein einfach ich komme zu dir ich bin direkt bei dir einer drop neben dir pass auf hier ist geysir hier ist geysir ich habe ein refresh nice auch nicht bin tot vielleicht 1H spiel in meine box yes das ist unfassbar unfassbar oh mein gott top 11 nur was wir haben nur fahr gepolt ne alle jede einzelne saison war fahr nicht eine war annähernd close aber ich glaube jetzt haben wir safe genug für den skin oder ja muss reichen eigentlich ich glaube alles wir hätten eigentlich easy easy den skin gehabt ohne probleme wird es diesen q bug nicht geben und die anderen konnten alle spielen man wir waren die allerersten den hatten glaube ich wir hatten ja auf jeden fall ziemlich lange wir sollten den skin haben wir sind top 500 ich glaube nicht dass sie uns noch welche anholen also top 1300 kriegt den skin die sind gerade bei 368 und wir waren schon in der allerletzten runde denk ich mal so ich habe die sogar direkt bekommen die skins hä jetzt schon der cup ist seit 3 Minuten vorbei gefühlt jo hier pickaxe backbling echt nicht zwei skins oh ich habe die fnc skins nevermind hat es sich doch gelohnt den cup zu spielen das ist krass ja immer immer jeder skin cup lohnt sich und wenn ihr selber die skins im cup nicht gewonnen habt aber euch die noch kaufen wollt benutzt auch gerne noch creator code ropnik dafür ist kostenlos support also danke an jedem der meinen code benutzt